Kühe sind nicht bösartig, nur man unterschätzt das einfach, wenn sie im Freien sind und die wollen auch nur einen Kälber beschützen. Gerade wenn so Jungtiere auf der Alm sind oder Mutterkuhhaltung ist, dann haben die Kälber dabei. Das sind nicht nur die, die was zu machen sind, die passen einfach auf, aber das wissen die Fremden nicht. Oder die Gäste oder die da sind bei uns und die Kälber sind nicht einfach zum Streicheln. Es ist aber ein Haustier nicht nachher und die Kuh will das eigentlich nur zeigen und wenn die Hunde da zugängen, dann passt das einfach nicht. Aber es fällt halt nicht unter bösartig zu sagen, weil wir wollen auch unsere Kinder nicht hergeben. Genau. Und es ist auch nicht, dass sie fremden zugehen. Und wir tun Poppitz da. Ja, ja. Und das ist jetzt die Ölteste, da oben hast du die Glocken drauf. Aha, okay. Und die wird dann auch geschmückt beim Alm hat drüber nichts passiert, oder? Nein, die werden alle daheim.